Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Mod-Verstellung zu einer neuen Mod-Verstellung und heute stelle ich euch die Tick-Rate Mod vor und mit diesem Mod könnt ihr Minecraft schneller oder langsamer machen ähnlich wie die Rantik-Speed Mod GameDool Rantik-Speed aber das geht dann einfach nur für Pflanzen oder so, aber hier könnt ihr richtig Minecraft alles in Minecraft schneller machen und ich gebe mit folgendem Befehl und zwar mit Slash Tick-Rate und dann könnt ihr zum Beispiel jetzt 2 eingeben und jetzt ist alles brutal langsam aber ich werde jetzt hier aus shiften und oh, es geht so langsam oh, verdammt, langsam wir müssen uns kaum fortbewegen, es ist so richtig Slow-Motion ja alles und damit könnt ihr auch die schöne Slow-Motion mitmachen und, ja wir können dann wieder drücken und ihr seht schon das dauert so langsam und auf das Blöcke platzieren dort langsam wenn ich da mal in seinem Block rausgeholt habe, dann wollte er sagen, dass ich das alles hier platziert habe ich kann euch hier umgekehrt machen und das war jetzt hier die Tick-Speed äh, nicht die Tick-Speed die Tick-Speed die Tick-Rate auf 100 stellen dann ist das alles viel schneller und wir laufen uns so schnell vorwärts mhm das war richtig viel Bock richtig ne mhm oh, ging fest toll hey lol äh äh ich hätte hier fliegen was denn das ist so schnell es ist so schnell 20 ist normale also 20 ist nur ganz normal Minecraft also 20 ist noch ganz normal Minecraft ach, du kannst ja auch zum Beispiel auch jetzt auf ähm 500 stellen dann sieht ihr auch schon hier die Wolken und auch viel schneller vorwärts und die Sonne auch und alles alles ich bin so verdammt schnell wenn so schnell jetzt schon schwimmen schon nützlich richtig das bockt und wie soll das gleich untergegangen und es dunkel heute ja noch richtiger machen zu stehen auf 1 denn es ist richtig langsam das richtig was sie beim auf null stellen so muss höher sein als 0 20 ist normale und auch wenn das ist auch irgendwie das ist auch viel schneller geht es schon einstellen wenn ihr schon hier das ist alles viel schneller und ziemlich cool auf 1000 stellen dann ist es richtig schnell bewegen uns ultra schnell vorwärts daher kommen noch springen denn das ist unmöglich wo man es ist unmöglich zu springen und schon seit anderen inseln das macht so viel bock und ja natürlich viel bock und können wir auch noch in die aus 100.000 stellen müssen noch schneller und jetzt wirklich krass auskommen könnte ich der kurs auf 20 aber hier raus können die man da hat er nach hinten so 3.000 stellen dann noch heftig übertreiben zum beispiel noch mal auf eine million oder so und es geht immer schneller so schnell fliegen wir ja ich bin so hoch und schon ist es nacht und wenn wir von oben ja schon mal im hoffliegen so ne was wir runter was macht schon bock es ist quasi auch unmöglich zu fliegen aber auf jeden fall bock wir können auch richtig schön das ist ein lebstes machen und so motions und macht mir viel spaß und wenn das video gefallen hat dann lasst eine positive bewertung da abonni nie vergessen und tschüss